Eure Gebete wurden erhört, ich bin wieder da, euer Achtel, neuland sieben, wenn das bleibt, DRAG CRASS! Ja, wir sind wieder da, bei DRAG CRASS WALLS! Okay, es hat lange gedauert, zwei Wochen, glaube ich. Oder war es mehr? Mehr zwei Wochen, ich weiß es gar nicht. Sein schon so lange, nein. Okay, ich habe einiges gemacht in der Zwischenzeit. Und es gab zwar nur drei Stunden lang, aber okay. Wir sind jetzt Stufe 21, das ist schon mal ne Hilfe. Ausrüstung haben wir ein bisschen geändert. Ich habe aktuell eine Donnerklinge, Donnerkeilklinge ausrüstet. Und ich habe auch noch eine Flammklinge, also seht gerade, die Stärke ist da ganz ordentlich. Dann, als Schild haben wir jetzt ein Platin-Schild! Da haben wir nichts, was besser ist. Als Rüstung haben wir die Eisenrüstung. Kultose! Ne, die wollen wir nicht hinziehen. Ein Kopfschutz haben wir einen Eisenhelm. Zubehör haben wir den Ring des Recken. Tattoo plus drei. Stoßkraft erhöhen. Scheifekeitsschilde. Gegen Gifte. Oh ja, das ist schön. Das machen wir mal. Im Mund gegen Gifte. Okay. Jetzt habt ihr jetzt gesehen, was ich so habe und mein Level. Und wir können endlich weiter spielen. Lange haben wir darauf gewartet. Ich habe so oft Luft gehabt, aufzunehmen. Ich wollte eigentlich noch mehr Farben, aber ich war jetzt so faul. Ich will jetzt aufnehmen. Also, ich habe gehört, dass du mit den Garten aufmacht. Ja, wir gehen jetzt mit unserem Vater. Wir gehen mit unserem Vater. Wir gehen mit unserem Vater gar. Oh, sechs. Ja, und ich glaube, es leckt ein bisschen grad bei mir. Ich hoffe, nicht bei euch. Aber es ging geschafft. Wir sind jetzt in der Kram-Grotte. Ich habe halt die anderen Gebiete immer gespielt. Also, sie haben nicht weiter gespielt. Die habe ich nicht verpasst, außerhalb meiner Level-Sequenz. Wir gehen mit unserem Wasser. Das ist die Kruppe, bei denen so viel sie gesehen. Das ist für mich immer ein bisschen süß. Es erinnert mich noch für Neukäuter. Und es bmainte auch ein Monster. Wir gehen gut rein, Lade. Mach mal. Wir gehen rein. Rein, rein, rein. Rein. Rein, rein. Rein, rein. Rein, rein. In die Kram-Grotte. Jey. Okay. Schiff! bütchen wenn wir das machen gar nicht okay dann fahren wir halt einfach sollten wir sonst egal so muss ich nicht steuern und das ist jetzt schon unser schlag sieht jetzt leicht anders aus verdammt ich kann es gar nicht mehr also ich habe schon länger nicht mehr gespielt ich glaube eine woche oder so weil ja ich heute erst ein bisschen weiterspielen aber es war mir jetzt mal egal mach einfach weiter noch mehr fledermäute jedenfalls wir kämpfen jetzt hauptsächlich mit strom so geht schneller sie merkt alles hier ist one hit so wird das ganz viel kein Problem werden die Flügelung zu tun gibt es ja was zum aufhebeln das ist ja auch hier muss bevor wir vorbeifahren ich weiß ich will Ohr Quallen Stürp! Walle! Stürp! Wumm! Nicht für's Walle! Und! Wumm! 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 Was soll denn das? Hier! Stürp! Warte herr! Die sind... Strom! Die ich habe nicht ausgedrückt! Ich will gar nicht gar nicht wie sehr ich treffe was ich von Boninkriege wie sie kamen und der Gegner stürpt! Alte Keifer, ich habe auch die guten Highlightems dabei gemacht Das sollte nicht fehlen Hier fällt nicht auf die Stelle Stürp! Wo muss Zeit hier? Stürp! Weg! Vielleicht schon mein Vater ist auch ein bisschen leer, weil ich die meisten Zeit mit ihm unterwegs war Okay weiter geht durch diese immer enger werdenden Tunnel ich wundere g сорien 돌�rades in den Kopf haben somit vor so BEHRDS weil mir можешь jetzt von Bode und mit den Turpo Ich hoffe mächtig Stürp! Gegen uns steht wo die Tür ist Da vorne sieht's mir offen aus O ich hoffe ich würde irgendwelche typen ausgesprungen wo musik ist schon zu minderbemitteln frage zwischen menschen und stirbt doch mini medaille ja die brauche ich kann hier später auch noch zeigen warum zwischen menschen alle ich muss schon wieder nie ich glaube ich bin nach 100 egal merkt doch keiner mehr kann dann das menschen nicht wo kommt der er hat mich noch das war ein reichlich durchschnittlich wirken nur ein bohr durchschnittlich schuld durchschnittlich kreppel der schiff auf uhr und hier und musste gab mein bändchen am arm richten war es muss uns immer noch richten machbar halb lang hier muss man bändchen nicht wird noch mal und wir haben uns dann meister schreit sehr schön alle hin und verhofft und ja ich habe neue meisterschreiche bekommen da werde ich dann auch ein paar gleich zeigen und sobald ich werde nach und nach einfach mal ein paar zeigen wir sehen mal wieder zu kommen wir sind runter vom Boot nach nur 7 Minuten heute soll gehe ich wirklich für die Tour alles egal außer zu Blitzkugel aber okay vor Waffenmanufaktur um die Leid eine Tour aber hier fettig direkt sicher alle Tod auch sein wir sind die Bühne die kürzlichen wo ich nicht mehr schildern test und wir damit sind ewig ihr kriegt mich nicht so niemals ich will zu tun wir haben bis auf 22 sich sonst ja ein bisschen schweck ist in der gar nicht es ist was gewesen aber es war nicht zu nutzen wir wollen gehen wir wollen gehen wir recht zu steigen die richtung stein weg können wir kaputt haben wir suchen ihn äh weichen nicht wir sind zufrieden die wir nach links geht es richtig gemeintlich und wir wollen jetzt nicht Qualle Stülqualle Qualle Juhu, das hat sogar funktioniert wie ich wollte, glaub's ja kaum Gucken wir mal weiter, weiter, Gegner Fischmenschen, Land Landmenschen, Stülqualle Stülp, Fischmenschen, Stülp Wow, ich kann da mit der Stellung nicht umgehen Echt dumm, okay Ja, so gefällt's mir, Junge Genau, mit diesen Worten verende ich diesen ersten Part Ich bin Agner97, das ist das mein Drankressor Bis zum nächsten Part, tschüss